Ein Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's mit der nächsten Mission, und zwar das Kriegsgespenst. Erster Akt. Die Wintermeere und ihre Flotte jagen und versenken, bevor sie entkommt. Diese maritime Mission starten, aber sicher dort. Alle Mann auf Gefechtsstation! Karibische See! Kreidswinde! Nee, der fährt jetzt von alleine. Hammergeil. Weiter Sequenz. Oh, da sind kleine Schiffchen. Kleine Schiffe. Oh. Moment. Das hätten wir gleich. Moment. Jawoll! Gleich mal alles niedergemäht. So muss das sein, meine lieben Freunde. Und nicht anders. Okay, das war eigentlich total für den Arsch, bei so einem kleinen Schiff. Bereit das Drehmasche Feuer! So. Ist er down? Nee, der ist immer noch da. Aber jetzt ist er down. Oh, da wurden wir mal wieder ordentlich getroffen, ey. Frag mich nicht, von welchem Schiff. Aber da ist noch einer. Oh ja, der kriegt eine ordentliche Ladung ab. So wie er es mag. Dann war gut in Deckung gegangen. So, jetzt kommt da dran der Kollege. Moment, 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 Moment. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Ja, perfekt. Sehr schön. Schöne Dinge. Jetzt müssen wir da nach vorne weiter rudern. Na, dann wollen wir mal. Mal gucken, ob da noch weitere Gegner gleich kommen. Ich hoffe mal, ja, nicht. Obwohl, doch. Wir haben ja noch recht gut. Gesundheit, ja. Also, das Schiff ist noch nicht komplett im Arsch. Müssen wir da jetzt durchsägeln? Okay. Ich hoffe mal, wir rammen jetzt nicht so einen Stein oder so. Okay. Okay, jetzt hier durch. Moment, so. Gut. Boah, es ist hier alles eng, ey. Man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, dreh, 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 detail, dreh. Oh ja, super. Und jetzt wieder nach rechts drehen. Komm. Ja, passt perfekt. Und nach links. Jawohl, okay, das ist perfekt jetzt so. Da sind wir doch sauber rausgekommen, ja, ja. Da sind weitere Gegner. Vier? Drei? Wie viel? Auf jeden Fall ein riesengroßes Schiff, was mir schon mal nicht gefällt. Oh, fuck, ey. Er hat uns schon mal erwischt. Zum Glück in Deckung gegangen, damit wir nicht so viel Schaden gekriegt haben. Alter, alter, alter. Alter, 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 alter. Nur gegen das Schiff, oder kommen die anderen auch noch irgendwie? Ich hoffe mal nur gegen das Schiff, ey. Das wäre hammergeil. Obwohl doch. Da kommen noch weitere. Leider. Oh, die wollen mir jetzt alle auf die Eier gehen, oder wat? Hammergeil. Ey, das wird mal wieder richtig scheiße schwer, ey. Gegen diese ganzen Schiffe anzukommen. Ah, geil. So'n Dreck, ey. Komm, Dreh. Und? Ja, dann ein paar down. Okay, der hält wieder mal ein bisschen mehr aus, der Kollege da da hinten. Wo ist mal Deckung? Ja, perfekt. Oh, da ist ein Stein nebenbei. Scheiße. Aber das Schiff ging trotz dessen nochmal down, zum Glück. Das ist sehr gut. Ah, das war nicht gut. Alter, scheiß Steine. Ja. Ach, Kacke, ey. Komm schon. Ei, 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 ei. Geht's down? Nein. Boah, halt nie wat aus, ey. Diese ganzen Kanonenkugeln gehen mir richtig auf die Eier von diesen kleinen Schiffen. Na? Runter! 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 Oh Gott. Also noch ein Kanon-Hagel. Und wir sind down. Breitseite abgeben! Find ich natürlich nicht so geil. Und Feuer! Ey, das überleben wir nicht. Und Feuer! Ey, so ne Scheiße, ne? Komm, schieß, schieß. Okay, das andere Schiff wäre down. Das andere kriegen wir auch noch ran. Das andere kriegen wir auch noch ran. Ja, komm, komm. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Und jetzt der feine Schuss. Jawoll! Sehr nice. Boah, das ging nochmal sehr gut. Wir wären fast zerstört gewesen. Das Kriegsgespenst, erster Akt. Mission beendet. Sehr nice. Ich dachte echt, wir failen. Aber wir haben es nochmal recht gut geschafft. Also, wow. Das war echt heavy, diese Mission wieder mal. Da hätten sie uns ja fast rangekriegt, diese miesen Landratten. Naja, auf jeden Fall werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 3 wieder. Chakalaka, Motherfucker, boy!